Am Stufenbauern gab es für Mariana Podichronova aus Bulgarien 9,712. Nun die Europameisterin an diesem Gerät, Mirella Pasca aus Rumänien. Diesen Titel gewann sie gemeinsam mit Svetlana Boginskaya bei den Titelkämpfen in Athen im Mai dieses Jahres. Ganze Drehung im Handstand, Ginga Salto. Katschow, Konzakirice. Und Doppelsalto mit ganzer Drehung. Ja, schwieriges Programm, das uns die 15-jährige Rumänien gezeigt hat. Fünfte war sie im Ehrkampf bei den Europameisterschaften. Und wie gesagt, Europameisterin gemeinsam mit Svetlana Boginskaya an diesem Gerät. Fünfte war sie im Ehrkampf mit Svetlana Boginskaya an diesem Gerät. Fünfte war sie im Ehrkampf mit Svetlana Boginskaya an diesem Gerät. Fünfte war sie im Ehrkampf mit Svetlana Boginskaya an diesem Gerät. Fünfte war sie im Ehrkampf mit Svetlana Boginskaya an diesem Gerät.